Geister, Teufel, Hexen, Monster. Ich halte das für ein zweitklassiges Genre. Stopp! Bitte nicht! Nein! Das ist alles nie passiert. Wir werden nie mehr darüber reden. Schwören wir einen Eid. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Da sind auch schon meine Lese-Club-Kollegen. Der Draufgänger. Ich auch. Die Steiner. Der Influencer. Die Bibliothekarin. Die Beauty. Die Protagonistin. Der Denker. Und der Versteher. Alle. Der ganze Club. Wir sind nicht die größten Horrorfreaks der Universität. Sie haben für das, was Sie getan haben, den Tod verdient. Deshalb werden Sie in den Kapiteln des Romanz nacheinander ihr Leben verlieren. Wer das geschrieben hat, ist dabei gewesen. Es ist einer aus dem Club. Angela hat kein Vertrauen zu dir. Wäre es dir lieber, wenn ich tot wäre? Damit klar ist, dass ich nicht der Clown bin? Es gibt ein zweites Kapitel. Der Mörderclown hat es gerade gepostet. Scheiße, da spielt irgendjemand mit uns. Ich weiß, wie wir herausfinden, wer diese Person ist. Ich weiß, was ich getan habe. Und ich stecke damit drin. Bloß meinetwegen. Ich schütze ein' Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020